Trail an den Hängen des Heumakups Trail an den Hängen des Heumakups Trail an den Hängen des Heumakups Abstieg ins Edeltal Trail an den Hängen des Heumakups Anstieg ins hintere Edeltal. Weg entlang des Hochschneids. Anstieg ins hintere Edeltal. Das war's für heute. Was ist das? Der Weg entlang des Hochschneids. Von einem kleinen Sattel zweckt die Aufstiegsroute ab. Der Weg entlang des Hochschneids. Die Aufstiegsroute führt direkt ins Edeltal. Musik 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 Richtung großer Höhlkugel und Riederhütte. Vorsicht bei der kurzen Schräghangpartie. Hier weiter geht es zum großen Höhlkugel. Und rechts zur Riederhütte. Musik 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 Der Weg zur Riederhütte. Musik 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 Flug zum großen Höhlkugel. Flug zum großen Höhlkugel. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Rückweg durchs Edeltal Untertitelung des ZDF, 2020 Auch der Weg über die Gasselhöhe ist landschaftlich sehr schön. Untertitelung des ZDF, 2020